In diesem Video geht es um Freddie Mercury. Ich erkläre dir die wichtigsten Fakten von der Kindheit bis zu den größten Erfolgen sowie die bekanntesten Songs. Freddie Mercury wurde am 5. September 1946 in Zanzibar als Farok Bulsara geboren. Seine Eltern waren Parsen aus Indien. In jungen Jahren besuchte er eine Internatsschule in Indien, wo er erste musikalische Erfahrungen sammelte. Mit 17 Jahren zog seine Familie nach England, wo er seine Ausbildung fortsetzte. In den späten 1960er Jahren trat Freddie einer Band namens Smile bei. Diese Band wurde später in Queen umbenannt. Zusammen mit Brian May, Roger Taylor und John Deacon schuf Freddie Mercury einige der ikonischsten Songs der Rockgeschichte. Queen wurde 1973 mit ihrem ersten Album bekannt. Freddie Mercury war für seine vier Oktaven umfassende Stimme und seine dynamische Bühnenpräsenz bekannt. Er konnte die Massen wie kein anderer unterhalten und hatte die Fähigkeit, sein Publikum emotional zu berühren. Seine einzigartigen Kostüme und seine theatralische Art machten ihn zu einer unvergesslichen Figur im Musikgeschäft. Einige der bekanntesten Songs von Queen sind Bohemian Rhapsody, We Will Rock You und Somebody to Love. Diese Hits haben die Charts gestürmt und werden heute noch im Radio gespielt. Bohemian Rhapsody ist besonders bemerkenswert, da es verschiedene Musikstile miteinander kombiniert und ein bahnbrechendes Musikvideo hatte. Ein Höhepunkt in Freddie Mercurys Karriere war der Auftritt von Queen beim Live Aid Konzert 1985. Der 20-minütige Auftritt wurde als einer der größten Live-Auftritte in der Geschichte der Rockmusik bezeichnet. Die Band spielte vor einem Publikum von rund 1,5 Milliarden Menschen weltweit. Freddie Mercurys war sehr privat, wenn es um sein persönliches Leben ging. In den späten 1980er Jahren wurde bei ihm AIDS diagnostiziert. Trotz seiner Erkrankung setzte er seine musikalische Karriere fort und nahm bis zu seinem Tod im Jahr 1991 weiterhin Songs auf. Freddie Mercurys starb am 24. November 1993 an den Folgen von AIDS. Nur einen Tag vor seinem Tod gab er bekannt, dass er an der Krankheit litt. Sein Tod hatte einen großen Einfluss auf die Welt und führte zu einer erhöhten Aufmerksamkeit für AIDS und HIV. Freddie Mercurys hat einen unauslöschlichen Eindruck in der Welt der Musik hinterlassen. Er hat das Genre des Rock'n'Roll verändert und viele Künstler in verschiedenen Musikrichtungen beeinflusst. Seine Musik lebt weiter und Queens Alben werden weiterhin weltweit verkauft. Freddie Mercurys und Queen haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Darunter mehrere Brit Awards und einen Grammy Lifetime Achievement Award. Im Jahr 2001 wurde Freddie Mercurys posthum in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Sein Einfluss auf die Musik und Kultur ist unbestreitbar und sein Erbe lebt weiter. Es war der Weg von der Musik und zwei�� in der Liegestrift stattdessen. Vielen Dank.